TASTE 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 Die Stimme ist auf, die geehrten YouTube... Schaboeu! Heute zeigen wir euch mal die gefakte älteste Live-Version in DayZ und ja hier ist der Ralf am Start der Särkan und wer ist noch am Start Jo z. Kuhlern der Jan das ist so gut um ja und wird erledigen heute mal die Koks und begleichen die Schulden ja ich freue mich schon richtig älter und ist gefunden Jungen er hat das Koks gefunden kommt mit es ist so drin ja los holst jemand was an alles klar nicht am Wochenende es ist doch doch Leute du musst auf Koks auf den Leuten zeigen doch alles ja hier war die ich auch zwei Schuldner am Erfgeld getötet hahaha geil ich bin auf der Suche weil ich bin hier in Kasselbüro in ich bin in jede Wohnung rein ich weiß nicht wie es der Mann ist ich bin da bei dir ja ich will Koks eine zweite Mal Leute seid ihr im Shop drinnen noch natürlich wir sind hinten beim Koksen in unserer Koksbohle und ich bin ein Koksbohlejäger du bist du Koks ich bin Serenino in der Stadt den Koks ein bisschen rum Ui komm mal wieder nach Lampamelle Junge ey mein Koks ist rausgeflogen warte ich mir was wolltest du von mir ja komm wieder in die Stadt also in einer Formel ich nehme ein Koksbohle mit Leute ah alles gut warum wollen wir da wir wollen nicht erst mal ein bisschen Koks und Niko weil ich dachte wir machen bisschen PPP Junge nee was ist das nicht oh wie jetzt wieder einer Jungs ich glaube ich kann mich überlegen mich wieder heilen ey komm mal wo ich meine Waffe trage 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 die Schenker nicht ich habe keine Musik von nachher äh wer hat seine Karabiner liegen lassen das war der Ralf ich habe die drüben Hand hier ich musste gar nicht dass du einen Youtube Channel hast ich hab schon ein oh oh musst du mir mal erzählen hey Melody weiß wer ich bin Niko Kregi ein Fan von dir mit seiner unzähligen Opfers Niko willst du denn Koks nicht mitnehmen nein ich hab noch genug Koks ey komm ich bin auf Daisy Koks was geht's was geht's hat da jemand was gerade von mir gesagt ja weiß wer ich bin Kregi ne bist du dir sicher der Tab sagt mir nix oh Gott Leute ne ich bin auch unter einem anderen Namen bekannt wer wäre ja das ist halt das Enco hey Leute ich muss re-loggen ähm ich geb dir einen Tipp den hast du mal 5 Stunden gebannt Adolf Hitler äh he 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 sag ich nicht ALTE wie geil ich hab die Medicjacke gefunden boah das ist ne Hose alter ich bin der Kampfsanitäter jetzt he 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 ich hab keine Sanitären raus der Kampfkokser ey Leute wir müssen koks sanichten Leute wo seid ihr grad wir sind grad im Koks drinnen ja im Koks wo ist euer Koks im Krankenhaus man ja dann wartet da weil ich muss re-loggen und ich hab schon re-logged alle wie das das blitz ja hier total und alles spawning in four seconds spawning in freeze one hat einer vielleicht ein serving kit was ich hab eins ich hab eins wer damit warte ich muss erst wieder die Koks erledigen wo ist das Krankenhaus das ist oben in den Koks erweck nach oben gehst ähm Hauptstraße oder wie ja mein Freund oder wollen wir in der Schule koksen ne da hab ich schon da hab ich in der ganzen Ort da haben wir doch schon mal gekokse haben doch auch nicht enger gekriegt was soll er auch richtig auf die Fresse bekommen da war noch wieder zu viel in der Unterricht hey ich weiß nicht wo es sei Leute da wirst die komplette Montur an hey Digger wo willst du Krankenhaus einverein hier wo ist Krankenhaus gibt keine Ahnung wo das ist ja ich schieß mal vom Dach wo bist du denn gerade ja ich bin gerade am Panzer ich will ein bisschen koksen als er kommt zu wo ist der Panzermann ich denke mal zurück zum Supermarkt oh Gott wie ich das wie ich Elektro has äh Berenzino has kommst du mal zum Supermarkt auf dem Eingang ja bin da nein bist du nicht lüge nicht natürlich bin ich da geh zum Haupteingang rein halt ey wo seid ihr vongegangen komm mal da oben warte jo Leute wo seid ihr hingegangen siehst du nicht mein Freund natürlich komm jetzt hoch nee weil du mich weg kokst warte ich muss auf den anderen warten wir sind hier auf dem Weg oh hello are you friendly ich glaub nicht dass er friendly aussieht wie gesagt das bin ich das bin ich was das bin ich hast du gehört das Erkan erkennt dich nicht ne ich kenn ihn nicht er kann erkennt dich nicht soll ich nicht erkannt bist du es mit dem Firefighter X bist du das Vibe nein nein Leute komm zu kranken aus ey Melody warum hast mich letzt mal gebannt komm zu kranken aus komm zu kranken aus komm zu kranken aus ja ich hatte wirklich eine Weile ja fand ich echt nicht cool weil ich bin ein böser Junge er muss auch bestraft werden er hat ein Zelt in der Wald aufgestellt da kannst du ihn besuchen gehen dann muss die Hose ausziehen Ralf siehst du mich komm mit nein ich bin im Krankenhaus komm jetzt zum Krankenhaus auf der Scheiße wo ist der scheiß verfickte Krankenhaussticker komm zum Supermarkt ich komm zum Supermarkt wo ist der Typ mit Axt da gewesen ja der Fall ist bei dem bin ich da vorne hallo ich hau her auf den 1 hey stop 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 running man I'm Sonny I'm my medic man stop running man stop running man stop running man bei uns zu lernen du kommst einmal freund und drei und drei drei mal aus ließ mir hat ihn bisher wie behindert weil wir laufen mit der der dass er schon rechtlich ist genau ich bin schuldet und so was was sagt jetzt genau da komme ich jetzt zu euch schieß doch auch nicht auf mich zuvor zählt ich habe ihn umgebracht nice ja okay ich komme zu Supermarkt raus Ralf wo seid ihr denn jetzt dann komme ich zu euch wären sie immer am Krankenhaus oben weißt das große Krankenhaus das große Krankenhaus in Beere ja mein Freund also das ist vielleicht an der Baustelle treffen ja mein Freund ey hast du das Verwinket man ja ich habe kein Verwinket ich habe kein Verwinket ich habe kein Verwinket wo bist denn du komm zum Krankenhaus ey das ist der nächste Idiot das bin ich ach so das bin ich du leg das hier hin jetzt leg das verdammt nochmal hier hin du kannst kein Koks sein wenn du das nicht mehr hinlegst hier da war ich jetzt reindrücken da vorne vorne vor dir liegt kannst du kannst du an den Laden morphin reindrücken man ich finde eigentlich meine Uniform Freunde sehr schön geil ne okay wenn ich an der Baustelle bin melde ich mich ja ich guck dir jetzt mal an wie geil dich aussehen man wer will eine Ladung morphin mal spritz mir mal morphin mit soll ich mal böse sein spritze ein bisschen also der andere hat auch ey der andere hat Handschellen in der Hand ja man den soll ich Handschellen annehmen ich kann dir mal ins Bein schießen wenn du mir Handschellen anlegst ich trau dir nicht der kann du spielst mit meinem Vertrauen das ist nicht gut das ist mir sehr leid ich tu wieder die Handschellen weg ich hab doch den anderen auch gecheckt komm mit ich zeig dir seine Leiche ja zeig mir ja der hat das Koks in seinen Taschen komm mit oh das ist gut haha warum hab ich die Fotz eigentlich abgeknallt ich weiß nicht mal wo ich Fotz abgeknallt hab da irgendwo da da he 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 keine Ahnung scheiß drauf boah nein ich muss nur seine Leiche finden ey im Brunnen ich will koksen komm naja muss eigentlich immer decken aber egal wir werden alle sterben scheiß drauf hauptsache koksen haha die Koks der Bande hey wir können einen neuen Clan machen COX Koks komm mit ich zeig dir die Leiche von dem Typen ja zeig mir ich will mehr davon wo hab ich ihn umgebracht ich weiß es nicht mehr wo hast du gekokst wo hast du Schulden beglichen aber ich glaub eh äh ne doch nicht machen wir grad einen Springen über den Zaunmarathon oder was ach Leute ich finde seine fucking Leiche nicht ich kann nicht mehr springen Leute das ist richtig nice und die Axt kann ich auch nicht in die Hand nehmen supergeil ich kann nicht springen mal ein Fick ich äh es ist halt mir eklig mein Mauspad ah hier komm mit Zeckern ich hab so ein Leiche glaub ich gefunden hey ich mach jetzt